Am Mittwoch sollte der Regenschirm nicht vergessen werden, denn es wird den ganzen Tag regnen. Die Werte liegen bei 8 bis 10 Grad. Auch am Abend findet der Regen kein Ende und in der Nacht sind keine Sterne zu sehen. Die Temperatur liegt zwischen 8 und 9 Grad. Der Donnerstag kommt ebenfalls mit Regen daher. Die Temperatur fällt von 7 auf 4 Grad. Am Freitag wird es dann endlich trocken, aber die Wolkendecke bleibt geschlossen bei 3 bis 7 Grad. Das Wochenende startet dann durch Wachsen, morgens bleibt es noch trocken, gegen Abend wird es aber regnen. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 4 Grad.